Ein Jahr nach dem Start des Nachbarschaftshilfeprojektes in Sachsen-Anhalt haben sich bereits über 1.000 Nachbarschaftshilfende registriert. Sozialministerin Petra Grimm-Bendel zeigte sich erfreut, dass die Nachbarschaftshilfe so gut angenommen wird. Für den engagierten Einsatz sei ausdrücklich zu danken. Die Nachbarschaftshilfe ging im Mai 2023 an den Start. Das Sozialministerium Sachsen-Anhalt fördert den Modellversuch vorerst bis 2026. Für die geleistete Hilfe können die Nachbarschaftshilfenden pro Monat 125 Euro Entlastungsleistungen erhalten. Die Auszahlung erfolgt über die zuständige Pflegekasse. Die Hilfeleistungen können sehr unterschiedlich sein. Einkäufe erledigen, zu Ärzten und Behörden begleiten, mit dem Hund spazieren gehen, bei der Gartenarbeit helfen oder bei der Nutzung eines Smartphones unterstützen. Vorher ist es nötig, sich über die Gesellschaft für Prävention im Alter e.V., PIA, qualifizieren zu lassen. Mit einem Nachweis eines Berufsabstoßes im Pflegebereich ist eine Zulassung ebenfalls möglich. Bei allen Fragen rund um die Tätigkeit sind die Landeskoordinierungsstelle Nachbarschaftshilfe Sachsen-Anhalt in Magdeburg und die mittlerweile acht Servicepunkte Nachbarschaftshilfe in Bitterfeld-Wolfen, Halberstadt, Halle-Saale, Letzlingen, Lotharstadt-Eisleben, Merseburg, Naumburg und Stendal, die richtigen Andressprechpartner. Ausführliche Informationen gibt es im Internet unter www.nachbarschaftshilfe-sachsen-anhalt.de Telefonische Sprechzeiten Montag und Dienstag von 9 bis 15 Uhr unter 0391 242 05541 sowie Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 15 Uhr unter 0391 88 64 615.